Barbara Berle, weshalb engagieren Sie sich in der Lachsforschung? Der Lachs ist ein unglaublich faszinierendes Tier. Er wächst im Süsswasser auf, wandert dann ins Meer und kommt im Normalfall eigentlich wieder genau den Ort zurück, wo er aufgewachsen ist. Sie züchten in der Petit Gamak Alsacienne, in Saint-Louis-Lachse, und lassen Sie in der Schweiz frei. Welche konkreten Ziele verfolgen Sie mit Ihrem Projekt? Es ist ganz klar, dass die Lachse wieder im Rhein heimisch werden, im Oberrhein vor allem auch. Das heisst, weil sie sich eben den Geschmack einprägen, solange sie im Süsswasser sind, muss man sie möglichst jung hier aussetzen, damit sie nach ihrer langen Wanderung im Meer wieder in ihr Geburtsgewässer zurückfinden. Weshalb eigentlich gibt es keine Lachszuchtstation in der Schweiz? Es gab ganz ursprünglich eine an der Wiese, die wurde dann in die Kaserne verlegt und musste dann aber weiter in die Petit Gamak zügeln, also im Elsass, weil wir in der Region Basel keine Möglichkeit hatten, die Lachse zu halten. Können Sie schon Ergebnisse Ihres Projekts nennen? Wir haben eben die Vorstudien abgeschlossen. Es sieht aus, wie wenn es kleine Populationsunterschiede geben würde. Wir hoffen aber, dass wir bis zum Ende der Zusammenarbeit mit dem Zoo spruchreife Resultate haben werden. Nachdem Paris